Tatsilo Gymnasium Simba Hamim. So heißt die Schule, auf die ich gehe. Und so sieht diese Schule aus, auf die ich dann gehe und ich bin begeistert von der Schule. Der Stoff ist nicht zu wenig und nicht zu viel. Die Lehrer sind auch super nett. In der Pause kann man auf den großen Pausenhof schön mit den Freunden spielen. Die Hausaufgabe ist auch nicht zu viel. Sie ist genau passend. Tatsilo Gymnasium Simba Hamim.